Wieder ein Heimatlied. Klaus, Beate, Uschi und Dirk sitzen da und essen Sushi. Die Sushi hat der Klaus ganz allein gemacht. Kompliment, Klaus. Reich mir mal den Rettich rüber. Den Rettich rüber. Klaus sagt, Sushi ist gar nicht schwer. Das Erotische beim Kochen ist das Zubehör. Meine Mörser sollten aus Keramik sein. Meine Pfeffermühle ist so groß wie ein afrikanisches Männerbein. Reich mir mal den Rettich rüber. Den Rettich rüber. Beate redet gern über Möbel und sagt, Ikea kommt mir nicht ins Haus. Bis auf den Tisch da, der ist von Ikea, der sieht aber nicht nach Ikea aus. Respekt verdienen Menschen, die bei Ikea einkaufen, ohne dass es nachher nach Ikea aussieht. Klaus, Beate, Uschi und Dirk sitzen da in ihrem Szenerbezirk. Klaus, Beate, Dirk und Uschi sitzen da und essen Sushi. Wir wollten nie wie unsere Eltern werden und sind es ja auch nicht geworden. Unsere Eltern sind ja älter und ziemlich provinziell. Rohrfisch auf kaltem Reis mit Algen tun die doch in den Müll. Reich mir mal den Rettich rüber. Dirk hat ein buntes Hemd an und war schon überall. Er sagt Sätze wie Asien, ist nicht mehr mein Fall. Asien ist total überlaufen. Uschi sagt das, was der Dirk da gerade gesagt hat, dass der Dirk doch damit recht hat. Der Dirk, der Dirk, der Dirk, der Dirk, der Dirk, der Dirk, der hat so viel erlebt. Der sollte schreiben, der Dirk. Klaus sagt nur, wenn die Liebe geht, die Hobbys bleiben. Reich mir mal den Rettich rüber. Den Rettich rüber. Dirk findet Uschi sehr üde. Er hat sich dran gewöhnt. Wann hab ich mich das letzte Mal nach dieser Frau gesehen? Wie lange wir wohl noch zusammen sind. Wir machen Schluss oder ein Kind. Dirk, Beate, Uschi und Klaus gingen nie die Gesprächsthemen aus. Von ihrer Kleinstadt bis hierher war es ein weiter Weg. Jeder ist so wertvoll wie ein kleines Dicken. Dreißig jährige Pärchen. Ja, ja. Wir wollten nie wie unsere Eltern werden. Und sind es ja auch nicht geworden. Unsere Eltern sind ja älter. Und ziemlich provinziell. Rohrfische auf kaltem Reis mit Algen tun die doch in den Müll. Irgendwann werden die sterben, wenn sie nicht schon gestorben sind. Wir werden ihre Häuser erben, aber keine neuen bauen. Und reich mir mal den Rettich rüber. Den Rettich rüber. Um halb eins waren sie betrunken. Oder haben sich betrunken genug gefühlt, um zu gehen. Danke für den schönen Abend. Zum Abschied hat der Dirk auf der Pfeffermühle Luftgitarre gespielt. Reich mir mal den Rettich rüber. Den Rettich rüber. Reich mir mal den Rettich rüber. Reich mir mal den Rettich rüber.